Das ist die Hand des Turniers. Aber wir haben Asus. Ich call nur. Ich glaube, es ist nicht der geilste, aber... Das ist die Hand des Turniers. Boah, ich kann beten. Ich find Check Beyond auch geil. Also von weiß glaube ich ganz gut. Okay, jetzt habe ich die Straße. Wenn der König 9 hat, wäre geil. Ich glaube nicht, dass er es full wird. Wenn er jampt, hat er einfach einen Ass. Dann gehen wir einmal rüber. Der Remi hat... okay, der Remi hat keine Hand, okay. Was geht denn hier ab? Okay, die haben keine Chips. Hier sind wir drinnen natürlich. Let's go, As-Dame-Held. Geil. Er hat sie mit Blinds. Da wollen wir keinen Call. Ich kriege nur ein Problem, wenn er ein Full-House hat. Oder Ass-C nicht vollen kann. Let's go, Freunde. Let's go. Geiles Ding. Dreier halten auch. Wir sind aktuell auf Platz. Wir sind Schiplieder jetzt, Schatz. Wir sind jetzt Schiplieder. Ähm... Ich muss schneller raisen. Das nächste Mal. Ja, weiter da macht's. Wir sind jetzt hier in die Mitte. Wir sind hier in die Mitte. Ich habe etwas am Ende, aber ich habe alles in dem Teil. ist an Barschen, ich muss es hören oh hier haben wir Trips gefloppt sie auch auf die Ober-Kreihe die Schleife sie werden kann ich darauf achten hat er echt wo wir zählen ihr könnt ein paar flasht was haben ging high flasht was glaube ich habe 10.9 krass ok okay ja, I don't know, weißt du nicht, wenn ich, weißt du nicht, das ist komisch. Ja, Schipleader, das ist echt zu wild gerade. Aber Stacks sind eh alle nah beieinander. Das ist die Hand des Turniers. Ja, Freunde! Ja, Mann! Was geht ab schon wieder, Chat? Hier checken wir natürlich behind. Zybit macht gar keinen Sinn. Da ist dein Bube. Da ist leider nichts mehr für mich. So, Freunde, wir sind am Final Table. Freunde, Final Table! Wow! Gino ist ein Beast. Really? Anas? Really? Okay. Let's do it. Okay. Okay. So, wir haben schon mal eine gewisse Sache. Okay. So? So? Okay. So? So? Okay. So? So, okay. Knüppel hat Hand, Freunde. Wow. GG, Knüppel. Wow. GG, Knüppel. GG, Knüppel. GG, Knüppel. Wauw. Hau die Knüppel jetzt in den Chat. Ich werde hier ein Button sehr weit raisen. Ich denke, 3-Bit ist auch okay. Ich denke, 3-Bit ist auch gut. 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 Entweder hat er Kings oder irgendwie einen Flaschow oder sowas. Aber geht rein, Ace Green. Let's go! Oh! Shit, let's go! Wow! Stank Erase macht nicht viel Sinn, in seinen Stack. Entweder check die Behind oder ziehen wir die Klein. Obwohl macht gar nicht, oder? Macht er 15k? Ja, check Behind. Interessant. Schade. Ein Set. Ja, was nennt so was? Streaming Software wieder aufgehangen? Streaming Software, Arjo und Ser! Hallo? Stream hat sich... Ich bin noch live, oder? Ja, jetzt ist wieder da. Kann nicht sein, dass er eine Szene hier hat, sogar? Ja... Schöner River! Geil! Oh, Freunde! Es ist krass, wie auf ihr Set, ne? Oh, es ist... Heftig! So, Sabino, grüß dich! So, Sabino, grüß dich! Für dich ist aber als Profi egal, dass Knossi ohne Delay streamt, oder? Keine Ahnung. Warum... Also... Warum sollte das nicht geil sein? Und ich bin auch kein Profi, also... Ich seh mich nicht unbedingt als Profi. Ja, wenn er eine 2 hat... Herzlichen Glückwunsch! Oh, Freunde! Oh, er muss echt eine 2 haben, oder? Das sind entweder komplette Bluffs oder echt die zwei. Willst du echt, dass ich drei Minuten hier feinstes Dinglisch von mir gebe? Kann ich gerne machen, Kenny. Bloop, danke für deine 13 Bits, danke, 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 Big Heart geht zu dir. Und er ist bettetig wieder, ich bin ein bisschen scared, ich denke. Ich bin definitiv ein paar Mal wieder. Vielleicht hat er 10 X, aber er ist zurückgegangen. Ich denke, er hat immer Jack X in his range, aber ich weiß nicht. Ich denke, wenn er klein ist, er ist bettetig, wie 30 oder so, er macht es 60. Um. 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 Vielleicht hat er noch eine schlechte Karte. Vielleicht hat er eine schlechte Karte. Vielleicht hat er eine schlechte Karte. Los geht's! Los geht's! Ich denke, es ist ... Ja, es ist eine komplette Karte. Oh, alle in und eine Karte! Und der nächste Spieler ist aus! Wir sind auf vier. Kennst du die verbleibenden Spieler? Danke dir, Schneiderama. Ja, also ich kann mit den Leuten was anfangen. Ah, nice Hands! Entweder er hat ein stärkeres Ass. Er könnte auch ... Ich weiß nicht, ob er King Highs hierbelöfft. Ah, ich denke schon ... Let's go! Ich mach' ein bisschen teurer, weil er ein BB ist. Let's go, Freunde! Let's go! Let's go! Ja, es geht rein, auf jeden Fall. Das gibt es doch nicht, das ist unfassbar. Das gibt es doch nicht, das ist doch nicht. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Ja, aber es macht keinen Sinn. Das ist natürlich fein. Jetzt schon wieder Hand, aber ich auch. Da ist er wieder. Ja, es geht aber auch natürlich rein. Jetzt sind wir wieder Schibli da. Wild hier. Ja, wild ist hin und her aktuell. Ich glaube, ich kriege hier sogar noch Value von schlechteren Händen. Außer der Neuen natürlich, aber ich kann hier ganz klar eine Value-Wert machen. So, er callt mich nur mit der Zwei-Shed. Weil Ass habe ich eigentlich fast nicht in einem Spot selten. Snap callt, sieben, zwei, aber ist okay, sieben, zwei. Ist okay, ja. Ich wusste, ich wusste, wie die Bett kommt. Und wir haben eigentlich den besten Call hier außer die Straße. Ich hoffe, er hat König 8 oder so. Aber glaube ich nicht. Oh, ich glaube, das ist ein Call-Shed. 6-9 wäre eklig. Er könnte aber auch Dame-9 und so weiter haben. Dame-9. Aber Dame-9 ist schon. Schaut doch noch. Könnte 5-6. Weiß ich nicht, ob er 5-6 hat. Ich denke, dass es ein Call ist. 10-4 off. 10-4 off. 10-4 off. Das ist so für ein Scheiße, Freunde. Oh, ich gebe mir hier erst 10 und König 10. Als Welle-Hände. Ich vermisse hier aber einige Herzflasch-Doors blöffen. Er könnte Pieks haben. Ich glaube eher nicht, aber... Wir sind im Heats-Up-Shed. Schöne Hand. Wir sind im Heats-Up. Wir haben 11.000 sicher. 18 gibt es insgesamt. Und... Wir sind im Heats-Up-Shed. In die erste Dreibett... Ich frage jemanden so ich mache die genau ICM Freunde ICM wären das 15,4 und 14,3 ich gebe 500 dollar freiwillig ab hat er gleich einen Anteil was hat er gemacht kann man sehen oder kann man man ich wollte ganz oben stehen für den Sieg aber er hat dings er hat ICM die TG Freunde er hat dings ICM also ich hätte auch dings gleichstand genommen aber ICM die Team I don't know if you're looking Tine Milder 2G und